Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Randy und heute spielen wir ein Horror-Game, ein Adventure-Horror-Game Slaying Battles, ein Christmas-Themed-Survival-Horror-Game PS1-Grafik. Slay vs. a Christmas-Themed-Survival-Horror-Game, inspired by 80 Slasher-Movies and PS1-Horror-Games. No? Perhaps it's a few of the horror-games of the PS1-Horror-Game. Bei mir war ja eher zu PS2-Zeit. Try to make your way home of Christmas Eve. As you are stalked by McManie Kelly X Welding Santa, who is out for Blood, Reverse City, Street, Back Alley and Abandoned Subway Station, find a variety of useful tools and weapons and avoid Mr. Claus at all costs. And, oh, and the flashlight does not run out of battery. But, at least it does. More information. And, oh, it's published in 2019. Also, it's an old game. Well, it's a new game. Well, it's a new game. Well, it's a new game. Let's take a look. Let's take a look. Oh, let's take a look. Ach du scheiße. Oh, oh, oh. Oh. Horror-A-Game by Blake McKinnon. Okay, schauen wir doch mal rein. Ich habe es schon installiert und alles, ich habe schon mal alles probiert. So, hier haben wir ja schon mal ein bisschen mehr Optionen, dass wir da schon mal was aussuchen können. Okay. Unity. Developers Choice. Wenn ich battle da da da, press any key. Ah. Controls. Was ist die? Sprint, Shift. Tag, Next. Dialog, L-Click, Zoom, Right-Click. Tockelflash.f, E. What the hell is that? Was für Buchstaben? Ist das ein 6G? F-E-E. Objektiv. Fung, R-M-A-N. Sally says, Christmas Eve, and I'm still taking my clothes off in this horrible town for money. Ach, hier, wir spielen da so eine Prostituierte. So. Huh. I better deliver Billy's Christmas Present before I get, before it get too late. Okay, wir haben hier ein Present for, für Billy. I wonder if he, I wonder if he ever remembers what I look like. He hasn't seen me for a month. Was? Okay, so muss das eine Mutti, oder? Mutti, die Hure? Ja, weiß. Not since he went to live with his father. Why'd they have to take him from me? Naher, weh den Ute bist. Miss my little Billy. Okay, schauen wir mal wo der Billy is. I will just leave the present here. I doubt they will want to see me right now. Better get home before I get too late. I don't want to be out after midnight. Merry Christmas, Billy. War du so schön. Ja, hier stehen die ganzen Prostituierten rum. Na? Mäuschen. Gut. Gehen wir mal nach Hause mit der U-Bahn. Mit der Metro. Boah. Das ist doch schön. Die Tröne von der U-Bahn. Tasty Burgers. Ah, okay. Ja. Superstation. The Cat and Moth Experiment. Okay. Hot Sausage. Mmh, lecker. Merry Christmas. Schön. Kommt jetzt hier ein Santa angerannt und tötet mich oder was? Merry Christmas. Uh oh. Ja, ich denke ich es nicht gut. Gasp. He's been disembowled. What sort of maniac could do such a thing? Better get out of here before whoever did this come back. Wir sind ja noch mal dolder. Was soll denn das? Ah, hier. Uh 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 uh. Wo ist denn da hin? Ah, hier. Santa. Ah. 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 So, schauen wir mal wie das funktioniert hier. Der läuft ja jetzt hier unten. Ich hab ja auch keine Ahnung, bei welcher Entfernung der da ankommt. Kommt er jetzt hier auf diesen Weg? Oh oh. Da läuft jetzt sowohl kreis oder was? Ah. Hier ist ja eine Box vor uns, ne? Die Tür sind runter. Wir brauchen einen Grooper. Die Tür ist slammer. Ah, nein. Ich hab ja einen Junge aus. Oh. Ah, nein. Da haben wir keinen Sinn. Nein. Immer jumpscares. So, hier. Kommt denn hier lang? Scheiße. Ist der hier auch? Er ist wirklich schlecht geblieben. Also, scheiße. Also, wenn diese Orations ihn nicht töten, wird der Blutloss-Bildliff. Das ist halt wieder eine Frage, wie der Entwickler das eingestellt hat. Wir können jetzt einfach respawnen. Ah, hier. Ah, wie ich gesagt habe, jetzt kommt das Sanderklaus. Shit. Was sind wir jetzt wieder tot? Restart. Scheiße. Nein, Santa. Ich möchte keine Geschenke dieses Jahr. Oh. So, jetzt müssten wir hier rauskommen. Aus dem U-Bahn. Kommt mir ja nicht entgegen. Sander Arschloch. Da wird man jetzt noch irgendwo rausgesprungen kommen. Yeah. Auf die Schnauze. Snowman. Scheiße. Die sind ja schon fast da. Ah, hier. Easy. Oh. Do they have to keep locking this gate? I'm so close to getting home. It looks damaged. I might be able to break it down with something. Oh, scheiße. Ah, shit. Ah, hier. Das war ja relativ einfach, du. Hier. How's to you? Evicted. Eviction notice. Eviction notice. I'm only a few days late on my payment. They must have changed the lock too. My key won't work. I need to get out of here before Santa's finds me. The only way out of here is along the train tracks. Geh'n wir mal da lang. Ah, hier. Treffe. Da können wir ja hoch. Mal sehen, ob wir da... Santa aus dem Weg gehen können. Ah, hier sind ja grüne Punkte. Das hilft mir ja schön. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ah, Gun. Geil. Santa Claus is coming to town. 16. Oh, 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 oh. Ah, shit. Fast. Okay. Knarre. Muni. Dann machen wir ein Santa Claus. Fertig. So ist es wohl. Okay. Versandter. Da kommt ja schon wieder. Schon wieder. Santa, komm hier. Okay. Okay. Letzlos rüberhängen. Schisse. Ich habe noch sechs Kugeln und ich müsste den jetzt gleich gekillt haben. Komm hier. Fick dich, Santa. Merry Christmas. Danke. Danke, Mann. Meine lieben Freunde, die hier zuschauen oder auch nicht. Wir haben Santa gekillt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, es schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn ich Adventure Games spiele, die euch vielleicht gefallen oder auch nicht. Und bitte unterstützt mich. Followt mich auf Twitch. Abonniert mich auf YouTube. Schaut meine Videos. Gebt mir Likes auf YouTube. Es hilft mir sehr und kostet euch nichts. So, das war mein Weihnachtszeit. So, für die Weihnachtszeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na gut. Ich sage, bye. Frohe Weihnachten noch.